Das schenke ich meiner Liebsten. Oh, ganz viel. Meine Liebe übers Jahr und was mir so einfällt. Damit schmücke ich den Tannenbaum. Ähm, das Übliche würde ich sagen. Christbaumkugeln, ein bisschen Lametta. Das schlimmste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Oh Gott, keine Ahnung. Ähm, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Kann ich nichts sagen. Ich kaufe mein letztes Geschenk am? Ähm, normalerweise immer recht spät, am 23. oder so. Dieses Jahr stehe ich aber ganz gut da. Ich stopfe meine Weihnachtsgans mit? Mit allem Möglichen. Fleisch, Mais, keine Ahnung. Alles Mögliche kommt da rein. Aber es gibt tatsächlich Gans bei uns. Die Weihnachtsfeier von SC Rondorf war? Ohne Thomas Werner am Start. Mein Gewichtsunterschied nach Weihnachten beträgt? Null Kilo. Wenn mir einer ein Schalke-Trikot schenkt, dann? Lache ich mich kaputt. Bin dafür, sowas zu haben. Dafür ist nach der Weihnachtsgans immer noch Platz. Eis und Rotwein. Mit der Ausrede schleiche ich mich nach der Bescherung in die Kneipe. Muss noch ein Geschenk für morgen bei meinen Eltern kaufen. Das ist ein Geschenk für morgen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020